Norddeutscher Rundfunk 2021 Das Hure-Eintor wird immer stärker. Schon, wie sie mich anschaue. Jetzt. Jetzt knall unser Ding ab. Warte! Doch nicht hier. Oder mit der Leiche. Die können wir nicht einfach hier liegen lassen. Fuck, du weisst genau, dass wir sie loswerden müssen. Natürlich. Aber man kann sie vielleicht etwas intelligenter machen. Damit man sie vielleicht nicht gleich hier findet. Oder? Dann denkst du wieder mal keinen Meter weit. Moment! Wenn wir sie dort gelassen, hätte man sie gleich schön für die Polizei einpacken können. Und ich dachte, sie hilft uns auf der Flucht. Du Hirsch! Wunderbar. Gefesselte Filipina. So praktisch wie ein Schweizer Sackmesser. Wir müssen sie loswerden. Sie weiss, wer wir sind und sie weiss, was wir gemacht haben. Je länger sie stürmst, desto mühsamer wird sie. Und dann? Ah! Ah! Du kannst schreien! Ihr so viel mit Wurst! Ich gehört dich in keinen Sohn. Also schweig! Schwieg! Siehst du? So bringst du die Sirene zum schwiegen. Ich habe sie schon zum schwiegen gebracht. Du arroganter Pisser. Jetzt musst du aufpassen. Vergiss nicht, wer hier zu sagen hat. Wir lassen dich so über die Klinge springen, wenn ich sage. Du weißt genau, was passiert, wenn ich Geduld verlieren? Du weißt es ganz genau! Das Einzige, was so sicher ist wie mein Tod, ist, dass du immer die zweite Klinge spielst. Der Schlampe! War das schon alles? Du bist doch kein Spielverderber. Es ist schon lustig, was man alles mit so einem Gesicht machen kann. Das kostet auch nicht mehr. Ich habe ihn für dich aufgewärmt. Merci. Ich bin für mich. Mh. 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 Oh. Möchtest du auch? Mh. 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 Und, wie hätte es ihnen gegeben? Surprise me. Filetiert? Ja. Dann muss ich ihn aber zuerst hüten. Schatz, du musst zuerst das Fleisch vorbereiten. Spray. 40. Ah! 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 Mh! 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 Aber die Hurt ist doch eigentlich das Feinste, oder? Vor allem grilliert. Oh, du weisst, was ich gerne habe. Ich liebe dich. Und was habe ich am liebsten? Mach mich nicht frisch. Schnippo! Ah! Wortwörtlich. Also, ich muss sagen, jetzt habe ich fast in die Hose geschissen. Oh, jetzt ich! Schick! Hallo? Hallo? Geht es jemand los? Ich will da! Holst du die Geier, ich gehe nach Hause.